Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um das Thema Pubertät. Ein großes Mysterium. Jede Frau oder jedes Mädchen wartet drauf, dass es losgeht. Und wie ist das denn eigentlich? Wann geht es genau los? Welche Veränderungen habe ich zu erwarten? Wie lange dauert das eigentlich? Und wie geht das Ganze eigentlich vonstatten? Also viele Fragen haben mich zum Thema Pubertät erreicht. Jetzt gibt es noch mehr Antworten. Viel Spaß beim Video. Wie kommt der Begriff Pubertät? Das nennt man eben Pubertät oder auch Geschlechtsreife. Jeder Mensch auf dieser Erde durchläuft einmal diesen Prozess und mir persönlich ging es so, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Auf einmal haben mir Leute gesagt, dass ich jetzt in der Pubertät bin, dass ich in einen Stimmbruch komme und so weiter. Und ich selber habe das aber gar nicht so gemerkt. Das heißt, man muss nicht unbedingt merken, okay, jetzt bin ich in der Pubertät, sondern es ist ganz, ganz oft so, dass das so ein schleichender Prozess ist und man wird viel mehr von außen darauf angesprochen, dass man sich jetzt in dieser Phase befindet. Klar, man kann äußerlich Veränderungen sehen, man kann Veränderungen hören im Sinne vom Stimmbruch bei den Jungs oder auch bei den Mädchen verändert sich die Stimme natürlich. Man kann es riechen, durch die Hormoneinflüsse riecht man einfach ein bisschen strenger. Meine Mutter hat immer gesagt, wie im Pumakäfig, wenn ich da mit meinem Kumpel im Zimmer war und die Tür verschlossen war. Also man kann es sehen, hören, riechen und selber bemerkt man das aber vielleicht gar nicht so. Es passieren aber auch ganz viele Veränderungen in deinem Körper selbst, auf die du gar keinen Einfluss hast, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Das komplette Hormonsystem stellt sich jetzt um. Als Kind hat man schon so ein bisschen, wenn man Mädchen ist, ein bisschen mehr Östrogene und wenn man Junge ist, ein bisschen mehr Testosteron, die im Blut zirkulieren. Aber irgendwann sagt der Körper, jetzt kann die Pubertät beginnen, jetzt geht es los. Zu den Gründen, warum das oder wann das passiert, kann ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und dann hat man von diesen Hormonen, entweder von den Östrogenen, den weiblichen Geschlechtshormonen oder von den männlichen, viel, viel mehr. Und da passiert auch im Körper selbst ganz viel, was dann aber auch zu Veränderungen am äußerlichen Körper führt. Und dann kommen wir mal zu dem Zeitpunkt, wann genau kommt man eigentlich in die Pubertät. Und da kann man pauschal festhalten, die Mädels sind immer ein bisschen früher dran als die Jungs. Bei den Mädchen beginnt das Ganze so zwischen 8 bis 13 Jahre. Im Schnitt sind das so bei 11 Jahren der Klassiker, wo die Mädels so langsam anfangen in die Pubertät zu kommen. Und die Jungs sind so zwei Jahre hinten dran. Das heißt, mit 13 kommen die Jungs im Mittel in die Pubertät. Die Spanne geht da von 9 bis 14 Jahren. Und das sieht man auch immer in den Schulklassen oder ich habe es am eigenen Leib erfahren. Die Mädchen gucken sich gar nicht so in der eigenen Klasse nach Jungs um, sondern immer 1, 2 Klassen höher sind die interessiert an den Jungs. Und das hat genau den Hintergrund, dass die Mädchen einfach zwei Jahre ein bisschen früher dran sind mit der Pubertät. Und die große Frage oder das große Dilemma in der Klasse ist ja auch, wer kommt zuerst in die Pubertät? Wer hat zum ersten Mal die Regelblutung? Bei wem wachsen die Brüste schon ein bisschen? Und da ist man immer ganz traurig, wenn man selbst da so ein bisschen später dran ist. Und dann wird man auch gemobbt von anderen vielleicht, von Freundinnen oder auch von Jungs, dass man da ein bisschen später dran ist. Und die Frage ist immer ganz groß, kann ich da irgendwie Einfluss drauf nehmen? Kann ich irgendwas tun, damit ich früher in die Pubertät komme? Und eigentlich ist das nicht möglich. Ich sage eigentlich, weil gleich kommt noch ein Grund, wie man da Einfluss drauf nehmen kann, der aber überhaupt nicht gut ist und den man auch überhaupt nicht machen sollte. Aber man hat das einfach nicht in der Hand, denn das liegt auf den Genen. Du kannst gerne mal deine Mama oder deine Oma fragen, wann die denn in die Pubertät gekommen sind. Und wenn die sagen, boah, das war bei mir ganz, ganz früh, mit 8, 9 Jahren ging es bei mir schon so langsam los, dann stehen die Chancen ganz gut, dass es bei dir auch relativ früh ist. Wenn die aber erzählen, boah, bei mir war das ganz spät, erst mit 12, 13 ging es los, dann sind die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch, dass es bei dir auch ein bisschen später ist. Das liegt auf den Genen und man hat da fast gar keinen Einfluss drauf und man kann das überhaupt nicht beschleunigen. Selbst heute mit der ganzen Forschung weiß man übrigens noch gar nicht so richtig, wann der Startpunkt ist, wann der Körper sagt, okay, bis hierhin waren die Hormone ja schon ganz schön und gut, aber jetzt schütte ich sie mal richtig viel aus, damit das Mädchen in die Pubertät kommt. Man weiß überhaupt nicht so richtig, wann der Startpunkt ist. Man hat herausgefunden, dass es auch mit dem Gewicht der Frau oder des Mädchens zu tun haben könnte. Wenn man ein gewisses Gewicht erreicht hat, sagt der Körper, okay, das sieht jetzt ganz gut aus und ab hier kann es jetzt losgehen. Mädchen, die ganz viel Sport machen, also Hochleistungssport machen und einen geringen Körperfettanteil haben, kommen tendenziell ein bisschen später in die Pubertät. Das soll jetzt aber nicht im Umkehrschluss heißen, dass du dir jeden Abend drei, vier Pizzen reinschaufeln sollst, nur damit du ein bisschen früher in die Pubertät kommst. Das wird schnell wieder aufgeholt und es ist auch gar nicht schlimm. Mach lieber ein bisschen Sport oder ein bisschen mehr Sport, als wirklich dich ungesund zu ernähren, nur um irgendwie ein bisschen Fett aufzubauen, um dadurch vielleicht ein halbes Jahr früher in die Pubertät zu kommen. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache und der Körper denkt sich schon seinen Teil dabei und jede Frau oder jedes Mädchen kommt in die Pubertät und das ist überhaupt dann nach ein, zwei Jahren total egal, ob die eine ein Jahr früher oder ein halbes Jahr früher dran war oder nicht. Es ist nämlich auch so, dass gesunde Mädchen auch ein bisschen früher in die Pubertät kommen, weil der Körper vielleicht merkt, okay, die ist gesund, die ist reif jetzt für diese Veränderung. Die sind natürlich auch sehr schlauchend, so eine körperliche Veränderung. Ein Größenwachstum, sowohl der Brüste als aber auch des Längenwachstums, ist natürlich auch sehr anstrengend, energieraubend für den Körper, deswegen kommen gesunde Menschen einfach früher in die Pubertät, als jetzt ganz ungesunde, die irgendwelche Stoffwechselerkrankungen haben oder mit der Ernährung Schwierigkeiten haben oder wo der Vitaminhaushalt nicht stimmt. Deswegen gesunde Ernährung und ein bisschen Sport gleicht sich also wieder aus, dass du ganz normal in deine Pubertät kommst. Und was genau passiert jetzt eigentlich mit deinem Körper? Die meisten Mädchen warten natürlich auf die erste Regelblutung. Das ist aber tatsächlich somit das Letzte, was in der Pubertät passiert. Am Anfang bekommst du erstmal ein Wachstum der Brüste und auch Schambehaarung. Das ist somit das Erste, was passiert. Ungefähr zwei Jahre später wirst du größer vom Körperbau her und dann auch erst kommt die erste Regelblutung. Die kann übrigens am Anfang auch noch ganz unterschiedlich ausfallen. Es kann sein, dass du sie mal hast, dann zwei, drei Monate gar nicht mehr. Dann hast du wieder eine Periode und dann wieder nicht. Das muss ich erst einpellen und ist völlig normal, da gibt es keinen Grund zur Besorgnis. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, ähnlich wie bei den Jungs verändert sich jetzt auch deine Stimme. Sie wird so ein bisschen tiefer. Dein äußeres Erscheinungsbild ändert sich auch. Dein Gesicht wird kantiger. Dein Haar wird voller. Deine äußeren Geschlechtsmerkmale. Also wenn du dann mal im Spiegel guckst, denkst du auch, da ist jetzt irgendwie was anders. Das sieht nicht mehr so ganz so aus wie beim Mädchen. Sondern es wird alles ein bisschen erwachsener. Die Pigmente, also die Farbe deiner äußeren Genitale, deiner Schamlippen ändert sich. Das wird alles so ein bisschen mehr durchblutet, wirkt alles ein bisschen größer und angeschwollen. Das ist alles völlig normal und ist im Rahmen der Pubertät einfach zu sehen. Es gibt auch einen kleinen Minuspunkt bei der Pubertät und das sind Akne oder auch Pickel. Durch die Östrogene und durch diesen veränderten Hormonehaushalt kann es sein, dass du jetzt vermehrt Pickel bekommst. Die einen sind gesegnet, die haben vielleicht einmal pro Monat einen dicken Oschi. Die anderen haben wirklich über den ganzen Monat verteilt, überall kleine Pickel. Das ist etwas Lästiges, was aber auch nach der Pubertät wieder zurückgeht. Da nicht ärgern lassen, etwas ganz Normales. Und wenn dich jemanden ärgert, kannst du sagen, ja gut, ich bin halt in der Pubertät, was soll ich machen. Also da auch keine Scham vor, das ist etwas ganz Normales, ein ganz normaler Prozess und zeugt davon, dass dein Körper sich jetzt hormonell komplett umgestellt hat. Überhaupt nichts Schlimmes und geht wieder weg. Außerdem gibt es noch eine Veränderung, die vielleicht eher so deine Eltern merken. Als du selbst oder vielleicht merkst du auch, dass deine Eltern dich total anätzen, ankotzen und nerven. Das ist auch etwas Normales. Durch diese Hormone kriegst du eine andere Stimmungslage. Du wirst immer so ein bisschen emotionaler, auch ein bisschen zurückgezogener. Also das ist etwas völlig Normales. Dann schimpfen die Eltern mal und schimpfen auch. Oh mein Gott, jetzt ist sie in der Pubertät und sie wird total anstrengend und ist nicht mehr das kleine, süße Mädchen. Das ist etwas Normales. Deine Eltern werden dich mal nerven. Die werden dich auch mal anätzen. Das Verhältnis wird wieder besser. Was sehr, sehr hilft, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, ist darüber sprechen, auch über die Veränderung zu sprechen. Für die Eltern ist das ja meistens auch nicht leicht. Da ist auf einmal dieses kleine Mädchen, was ja auch als Elternteil immer ein kleines Mädchen für jemanden bleibt. Die wird auf einmal erwachsen und ist auf einmal ganz, ganz komisch zu einem und mag einen nicht mehr. Und früher hat man noch zusammen auf der Couch gekuschelt. Auf einmal möchte sie das alles nicht mehr, möchte sich am liebsten in ihrem Zimmer einschließen und gar nichts mehr mit der Welt zu tun haben. Da hilft es auch den Eltern, wenn du mal auf sie zugehst und einfach über deine Veränderungen sprichst. Das ist etwas ganz Normales. Nur das kommt alles auf einmal dann doch so plötzlich, dass alle vor den Kopf gestoßen sind und gar nicht mehr wissen, was jetzt genau passiert. Das war das Video zum Thema Pubertät. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen geholfen und das Video hat dir gefallen. Lass dich vor allen Dingen in der Schule nicht mobben oder ärgern. Jedes Mädchen kommt irgendwann in die Pubertät. Bei der einen ist es etwas früher, bei der anderen etwas später. Ich finde es auch ganz wichtig, mit deinen Freundinnen auch darüber zu sprechen, gerade wenn jetzt eine schon ein bisschen früher dran ist und schon in die Pubertät kommt, dass du sie einfach fragst, welche Veränderungen sie so erlebt und wie sie das alles so empfindet. Auch mit deinen Eltern mal darüber zu sprechen, das ist etwas verwirrend für alle Beteiligten, sowohl für dich, aber auch für deine Eltern ist das ganz verwirrend, auf einmal ein erwachsenes Mädchen dort zu Hause zu haben, die sich ein bisschen wesensverändert hat. Geht alles vorbei, auch die Pickel gehen zurück und hinterher ist man dann immer schlauer und denkt sich, war eigentlich eine coole Zeit und schön die Veränderungen am eigenen Leib zu erkennen. Ich muss heute drüber schmunzeln, wenn meine Mutter erzählte, wie es damals in meinem Kinderzimmer oder damals im Jugendlichenzimmer gerochen hat. Damals fand ich das nicht lustig, als sie es gesagt hat, aber heutzutage kann ich drüber lachen und ich glaube, ich rieche jetzt auch wieder ganz passabel. In diesem Sinne, viel Spaß beim nächsten Video, wir sehen uns bald wieder zusammen. Katze schläft jetzt noch ein bisschen und ja, ich vielleicht auch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.